Ah, jetzt geht's. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Bin ich hier richtig? Ja, okay. Ande. Ja, okay, dann geh ich mal da hin. Mal gucken. Ups, dann doch nicht. Ich dachte gerade schon, vielleicht hätte ich... Ah, Feuer, Adronach. Ah, jetzt habe ich ein Problem. Aber ich bin gerade nicht sicher. Boah, der rennt mir sogar so... Warte mal, ich muss mal Sachen nehmen, die ich für den Magiker verbrauche. Ich glaube, hier habe ich noch die kleineren. Nein, ich fahre ein ganzes Magiker hier. Das gefällt mir nicht. Ach, da oben. Jetzt habe ich tatsächlich ein Problem. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Das ist tatsächlich problematisch. Da... Da ist ein Jagdbogen. Aber ich weiß nicht, ob der mir was bringen tut. Ich glaube nicht. Ne, ne, das wird hier böse ausgehen. Weil ich nicht noch Magik habe. Ich habe zu viel verloren. Sieht nicht gut aus. Vielleicht kann ich da rein, nicht regenerieren und mal rauskommen. Aber ich laufe so langsam die ganze Zeit schon. Hm. Ich muss mal gucken, hier bei... ...den Skills und Fähigkeiten. Kann man das Menü öffnen? War doch bestimmt K oder sowas. Ne, auch nicht. P war es. So. Was habe ich denn festgelegt auf... ...das hier? Das sind ja hier jetzt schon wieder, äh, bei den Skills die ganzen Geschichten hier, ne. Zerstörung verstärken. Ich mache das mal mit dem Wolf. Ich schließe mal an die Schreie. Da habe ich halt hier die, ähm... ...Eisform. Ja. Ja, Beschwörung. Ne, das brauche ich gar nicht. Zerstörung. Ich weiß leider nicht mehr genau, wie das hier komplett mit den Skills immer ging. Das sind ja hier oben ja die Favoriten, gell. Vor allem, da kommt immer drauf an. Ne, jetzt passt schon mal bei den Kräften. Wie kann ich mich nochmal an einen Wolf verwandeln? Na ja, aber so langsam hier, äh, geht's wieder schön voran. War ansonsten nämlich gleich mal ein bisschen Party. Wenn ich hier rausgehe, war nämlich einfach ein Wehrwolf. Ich weiß nur nicht mehr, wie das ging. Das ist das Problem. Achso. So ging das. Warum muss ich jetzt so langsam laufen? Ja, schön. Ich will nicht so langsam laufen. Lass mich mal ein bisschen schneller laufen. Ich komme nicht schneller voran. Das hasse ich. Das hasse ich sowas an. Ich hasse es. Ich hasse es an. Jetzt sind so viele, die zerlegen mich, bevor ich da bin. Ich bin ein langsames Ziel. Och Gott, warum denn? Ich, ich kann nicht... Ich... Kann nicht sprinten. Hört, was ist jetzt los? Eingefroren, fest. Jetzt da. Ja, schön. Nee, ich geh drauf. Ich geh drauf. Ich geh drauf. Ich... Ich kann nicht schneller laufen. Ich kann nicht schneller laufen. Das ist doch scheiße, ist das. Das ist doch kacke. Warum seid ihr nicht auf euren Posten statt Halter? Oh Gott. Ich kann verdammter Mist nicht schneller laufen. Oh Gott, ich raff es nicht. Ich raff es nicht. Es ist so nervig. Es ist einfach nur nervig. Und einfach... Nicht schneller spielen. So. Ich hasse es einfach. Jetzt bin ich entdeckt. Aber es bringt mir nichts. Es wird mir nichts bringen. Ich muss einfach nur da vorne rein. Aber es geht nicht. Kommt her. Zeigt mir euer Gesicht. Kommt her. Zeigt mir euer Gesicht. Bis hierher und nicht weiter. Den habe ich hier noch nie gesehen. Kommt her. Zeigt mir euer Gesicht. Hier drüben. Ich werde euch töten. Götter, nein. Ich kriege auf. Wuppsala. Ja, ich habe nur die Starkmenge ausgerüstet, so wie es aussieht. Zauberer. Ja, das ganze Zeug wurde nämlich schon eingesackt. Kann ich irgendwie noch da hier ein bisschen gucken. Wenn ich auf Waffen gehe. Ich könnte hier einfach auf F gehen. Wuppsala. 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 Das ist immer so ein Hin und Her mit dem Festlegen von den Dingern. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich immer die Vorreden fest... Ich brauche das Geld. Ich habe es mir verdient. Ich habe auch Ausgaben, wisst ihr? Seid euch nicht zu sicher, Gissel. Ihr seid sehr nützlich, aber seid euch nicht zu sicher. Wir haben andere Informanten, die weniger... ...abstoßend sind. Aber niemand sonst hat euch so wertvolle Informationen gebracht, nicht wahr? Etienne, er hat gesprochen, nicht wahr? Gissel. So, das Verhölzimmer und jetzt da. Ja, Rückkehr der Drachen. Information, habe ich schon gemacht. Habe ich schon gefunden. Ich wusste es. Irgendwann fängt jeder an zu reden. Ich habe noch zu tun. Lasst mich arbeiten, wenn ihr je den Rest eurer Bezahlung sehen wollt. Kann ich? Ich könnte euch helfen. Mit mir würde er reden, er vertraut mir. Ah! 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 Ihr könnt ihn fragen, was ihr wollt, und sehen, was er euch... Was war der ja? Dorf des Gift der Ausdauer. Wachsbank, Nordmeth, Bekleidung. Nö, 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 nö. Ach, Amethyst nehme ich immer wieder mit. Ich hasse es, Mom. Warum kann ich nicht schneller laufen? Was habe ich denn hier an? Habe ich irgendwie... Habe ich hier was angedrückt, oder was? Nee. Oh, jetzt geht's. Jetzt geht's. Hä? Was habe ich gedrückt? Caps Lock. Oh Gott. Ja. Ja. Ich muss öfter spielen. Sorry. Ich übernehme nicht alles, warum es jetzt geht. Warum ich nicht so schnell laufen kann und alles. Zerstörung. Hilfen euch. Hm. Ja, ich weiß. Ihr habt euch aufgerechnet und sonst was, aber... Tut mir leid, ich habe seit drei Monaten nicht mehr gespielt und ich weiß nicht mehr genau, wo jetzt das Problem immer war. Danke. Endlich. Kreuz ein Döllchen. Da ist jemand, dass da irgendein Skill freigeschaltet wird oder so. Naja, aber eigentlich müsste ich ja größtenteils hier alles durchhaben und so. Ich suche einfach hier alles. Ob da irgendwelche Sachen drin sind, was mit den Drachen zu tun hängt. Ah ne, auch falsch. Ich will dich gar nicht nehmen. Ist hier der Kuchen, der jemand, habe ich schon mal gesehen hier. Da war nur Gold drin. Auch nur Gold. Nichts, was jetzt direkt mit dem Drachen zu tun hat. Kann man da reingucken? Ne, kann man nicht. Gold. Okay. Wurfskillen. Ja, es gibt nur perfekte Bücher rein. Guck da mal rein. Nur Gold. Aber ansonsten... Ne, nix weiter mehr. Vielleicht unten in dem... Ach, verdammt. Jetzt da. Vielleicht unten in dem Raum, wo die da drin gequasselt haben. Ups, Kleiderschrank, der war leer. Ich weiß nicht, wie weit sie mit den Drachen sind oder so. Die dunkelste Dunkelheit. Ne, gut. So, dann geh ich mal kurz so runter und gucken wir das Ganze an. Nämlich Schir. Der wahre Job. Ne. Doppelte Bücher. Dunkerste Dunkelheit. Dunkerste Dunkelheit. Wollen wir da ja zwei davon. Die Meeresgeister. Dieb der Tugend. Kann sein, dass man da wieder irgendwie Bonus... Nein, kein Bonus. Schade. Und ich dachte schon. Ich kam übrigens mal auf I, sonstiges, was ich eingesammelt hatte. Rauswerfen. Ne, den Stein behalte ich auch. Ich habe keinen Dietre, ja. Schade. Feine Kleidung, ne. Feine Hut. Who cares? So, die Fressbude. Ja, ich hab... Achso, ja. Ah, da. Hörzimmer. Da muss ich gleich noch einen Schlüssel bekommen. Da war doch was. Stimmt ja. Noch bin ich unerkannt. Ja, ich hab einen fetten Bums. Sowas zieht auch nicht Magika weg. Das ist das Problem. Wääh. Oha. Ich hab wieder einen Schlüssel. Wääh. Nöäh. Binder der Eisenrüstung. Äh, sieht schlecht aus. Jetzt haben wir ja keine Schlüssel, äh. Ich hab's mal alles hier mit, ne. Kann ich aber noch später rausschmeißen. Mist. Schwarzer Pfeil. Kannst du eines Bogen? Ne, geht nicht. Schade. Schießkunst. Hätte ja sein können. Hm, wo haben sie denn den Schlüssel hier? Warte, warte, hier bin ich doch reingekommen, oder? Nein, bin ich nicht. Doch, hier bin ich reingekommen. Hier bin ich reingekommen. Ich muss mich ein bisschen orientieren. Ich glaub, ich war ja schon richtig, aber... irgendwas hier noch groß finden soll, das war die Frage. Talmorische Botschaft in Kerker, ja. Und eigentlich müsste ja doch dann wieder weiterkommen. Haben die keinen Schlüssel oder so dabei? Nein. Aber hä, bin ich nicht von hier gekommen? Ja, ich bin von hier gekommen. 15. Für mich ist das, was ich im Beschluss. Und Ihnen alles ist im Beschluss. Abschluss. Bin dür